Die hierzu erwerbende gut gepflegte 3,5 Zimmer Dachgeschosswohnung befindet sich in Rehmscheid Innenstadt. 1998 wurde das Wohnhaus erbaut und 2003 saniert. Das Objekt befindet sich in der fünften Etage und wird über eine Gaszentral heizt und beheizt. Die Wohnung verfügt über zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche, eine Gästetoilette und einen Keller. Die Ausstattung befindet sich in einem ordentlichen Zustand. Bei einer Wohnfläche von ca. 82 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Dachgeschosswohnung auf 125.000 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung.